Ein verworfenes Konzept von David Köpp zum Film The Lost World Jurassic Park 2 könnte uns jetzt Aufschluss darüber geben, auf welcher Insel wir uns tatsächlich in Jurassic World Rebirth befinden. Da gibt es ja zahlreiche Theorien. Gehen wir wieder zurück zu Isla Nubla, die sich vielleicht von dem Vulkanausbruch erholt hat. Geht es auf die Isla Sorna, die wir irgendwie vernachlässigt haben nach Jurassic Park 3? Oder bekommen wir jetzt hier doch tatsächlich die ominöse Anlage C zu sehen? Wir besprechen jetzt hier einmal das verworfene Drehbuch von David Köpp und reden darüber, warum genau das, was er damals nicht umsetzen konnte, jetzt eintreffen kann. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die Dreharbeiten zu Jurassic Park sind glaube ich schon seit dem allerersten Film einfach irgendwie von Chaos gezeichnet. Ich meine, die Filme waren super, zumindest Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2. Da sind wir uns glaube ich alle einig, die Filme haben wirklich damals eingeschlagen und das war auch etwas komplett Neues. Jurassic Park 3 ist dann dem gesamten Drehchaos ja komplett unterlegen. Es gab Probleme mit dem Cast, mit dem Drehbuch und allem möglichen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Jurassic Park 1 ebenfalls von einem wirklichen Chaos gezeichnet war. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass das Besucherzentrum in Jurassic Park 1 eigentlich gar keine Baustelle hätte sein sollen? Ne, das hätte eigentlich fertig sein sollen. Allerdings ist zum Zeitpunkt des Drehstarts von Jurassic Park 1 damals ein Hurricane über Hawaii rübergefegt und hat sehr viele Anlagen bzw. auch Sets zerstört. Das heißt, die Leute, die ihr hier arbeiten seht, sind wirklich einfach Leute, Handwerker, die an dem zerstörten Set arbeiten. Ebenfalls wurde auch der Hurricane damals schön in Szene gesetzt. Spielberg ist einfach clever. Er nimmt quasi dieses Ereignis, das ihm eigentlich einen Strich durch die Rechnung hätte machen können und sagt, ey, wir bauen einfach darauf auf. Lass diesen Sturm mal in den Film mit reinbringen. Deswegen sehen wir auch dann diese Aufnahmen von dem chaotischen Sturm auf der Isla Nubla oder eben in echt auf Hawaii. Jurassic Park 2 hat ebenfalls nicht wirklich einen komplett glatten Start gehabt. Nein, auch hier gab es bestimmte Drehbuchverwürfe und Ideen, die man von vornherein umsetzen wollte. Was von Anfang an klar gewesen ist, wir nehmen das Buch von Michael Crichton und handeln uns hier wirklich nur ganz grob bei der Rahmenhandlung ab. Sachen zum Beispiel wie Ian Malcolm ist mit dabei, Sarah Harding ist mit dabei, es geht auf Anlage B. Und das waren dann so mehr oder weniger auch die groben Plots. Ich meine, ich habe schon mal ein Video über den ominösen, tarnenden Kanu Taurus aus dem Buch Jurassic Park 2 gemacht. Was bei euch sehr gut angekommen ist, schaust dir doch gerade mal da oben an, da habe ich es dir verlinkt. So Sachen wurden eben im Film nie erwähnt. David Cobb selber hatte allerdings nicht immer das Drehbuch im Kopf, das wir jetzt hier später ebenfalls auch im Kino betrachten konnten. Unter anderem war die gesamte San Diego Szene am Ende. Ursprünglich gar nicht geplant. Das war eine Idee von Steven Spielberg, der einfach dann David Cobb ins Wort gesprochen hat und meinte, kann man das nur irgendwie hinten dranhängen? Der Grund dafür ist eben wirklich, weil Steven Spielberg ein bekennender King Kong und aber auch Godzilla Fan ist. Deswegen hat er die Idee bekommen, während dem Dreh von The Lost World Jurassic Park 2, lass doch mal so eine T-Rex in der Stadtszene drehen. Auch hier haben wir ja noch ein kleines Easter Egg, wo wir sehen, wo dann die Japaner vom T-Rex wegrennen und irgendwas auf Japanisch murmeln und wenn wir das übersetzen, sagt der einen zu dem anderen, verdammt nochmal, genau wegen sowas bin ich doch eigentlich erst aus Tokio abgehauen. Was so ein Augenzwinkern ist, dass das da mit Godzilla gemeint ist, vielleicht sollte man auch mal darüber reden, ob Godzilla Kanon ist im Jurassic Universum. Aber auch lange bevor Steven Spielberg diese Szene an das Drehbuch dran klatschen wollte, gab es eine Variante von David Cobb, die ein gesamtes, einen komplett anderen Anfang hätte uns bieten sollen. Nämlich einen Anfang, der mehr in die mysteriöse Schiene gegangen ist. Was wir im Originalfilm, den wir alle bekommen haben, gesehen haben, ist ja wie die kleine, Katie hieß sie glaube ich, ein nicht ganz so schönes erstes Treffen mit den Komsugnatus macht. Das Ganze geht noch gerade so gut aus, aber sie ist auf jeden Fall mit ein paar Bläsuren davon gekommen. Durch diesen Vorfall beginnt dann quasi die gesamte Geschichte. John Hammond erwähnt ja auch, dass das jetzt hier das i-Tüpfelchen gewesen ist, warum jetzt die Investoren sind ja schon längst alle abgesprungen. Und jetzt wird eben darüber geredet, dass John Hammond in June nicht mehr führen darf. Deswegen soll ja dann eben auch sein Neffe Peter Ludlow die ganze Nummer übernehmen. Im ursprünglichen Skript hätte die ganze Geschichte ein bisschen anders ablaufen sollen. Wir hätten nämlich eigentlich einen ganz anderen Vorfall bekommen. Und zwar hätten wir hier ein japanisches Fischerschiff sehen sollen, das irgendwo am Rande einer verschollenen Insel nach Fischen fischt. Was ein Fischer eben auch so macht. Hierbei wäre ihm ein gewaltiger Fang ins Netz geraten und er hätte sich tierisch darüber gefreut, bis er dann merkte, oh, das ist gar kein Fisch. Das ist ein toter, leicht angefressener, verwesener Parasaurolophus. Ja, tatsächlich hätten wir diese Szene hier ursprünglich bekommen sollen, wo wir gesehen hätten, wie ein Fischer einen toten, zerrotteten Parasaurolophus in sein Fischerboot zieht. Für diese Szene gab es übrigens auch schon die Prop, also die Puppe. Und die sehen wir sogar im Originalfilm Jurassic Park 2. Nämlich im Nest des Baby T-Rex. Da frisst er ja irgendwas. Ja, das hier ist die, 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 die Puppe des Parasaurolophus, der eigentlich aus dem Meer hätte gefischt werden sollen. Kurz nachdem das Tier dann auf dem Schiff gelandet wäre, hätte man das eben dann auch der Regierung gemeldet. Peter Ladlow wäre daraufhin auf den Plan getreten, der Ingen bereits übernommen hätte. Wir hätten hier also keinen großen Abschied mehr von John Hammond bekommen. Nein, Ladlow wäre direkt mit ins Boot gestiegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und hätte dann eben den toten Parasaurolophus unter die Lupe genommen. Hierbei wäre herausgekommen, dass das Tier unter anderem eine Krankheit besitzt, auf die man sich irgendwie keinen Reim machen kann. Na, jetzt klingelt so langsam, worauf ich hier hinaus will. Die ganze Geschichte geht aber noch weiter. Ebenfalls hätte Ladlow sich darüber gewundert, dass dieser Leichnam so weit weg von der eigentlichen Insel Isla Nubla gefunden wäre. Daraufhin hätte er Satelliten in Auftrag gegeben, die den gesamten Ozeanbereich einmal abchecken würden. Und dann hätte er folgendes gefunden. Eine geheime Insel, von der niemand etwas gewusst hatte. Das heißt, auch Ladlow selber nicht, der ja Ingen bereits unter Kontrolle hatte, hätte nicht von dieser Insel gewusst. Jetzt kann man hier natürlich auch sagen, okay, das mag aber vielleicht doch einfach die Anlage B-Insel sein, die er jetzt eben hier entdeckt hat. Das heißt, Anlage B kann in diesem Konzept ja möglicherweise einfach eine geheime Insel gewesen sein, die wir so noch nicht gesehen hatten. Und das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich dachte, das ist wirklich einfach eine andere Einleitung, wie wir jetzt auf die Anlage B aufmerksam werden. Tatsächlich können wir aber auch hier schon erste Konzeptzeichnungen sehen, wo eingezeichnet ist, wo diese neue Insel hätte sein sollen. Und wir sehen hier unten rechts in der Ecke tatsächlich die fünf Tode. Zusammen mit der Isla Sorna und eben dem ganzen anderen Rest. Das heißt, die Isla Sorna wäre zu dem Zeitpunkt dieses Films, dieses ursprünglichen Skriptes, schon offiziell entdeckt gewesen. Mehr ist von diesem ursprünglichen Skript von David Coepp bisher nicht bekannt, wenn das Ganze überhaupt weitergesponnen wurde. Aber ich gehe davon mal aus, denn es gab ja wie gesagt sogar schon ein Prop für diese eine Szene mit dem japanischen Fischerschiff, das dann den Parasauro Lofus eben an Land geholt hat. Die Frage hierbei ist jetzt, hätten wir tatsächlich eine Anlage C erhalten? Denn wenn wir bereits die Isla Nubla entdeckt hätten und auf dieser Karte auch die Isla Sorna bereits offen liegt, was wäre das dann für eine dritte Insel? Ich meine, sie müsste nicht Anlage C heißen, aber es wäre dann im Endeffekt wahrscheinlich Anlage C. Und wenn Anlage B weiterhin dafür zuständig gewesen wäre, Dinosaurier zu erschaffen und eben auch in den Jurassic Park zu bringen, ist dann weiterhin die Frage, was wäre dann auf dieser anderen Insel erforscht worden? Ich kann mir darauf sehr schwer reinmachen, was hier genau der Plan gewesen ist, denn ich meine, eine ganz wichtige Sache, die ja wirklich in Buch 2 eigentlich gar nicht rausgenommen werden darf, ist, das Ganze spielt auf der Isla Sorna. Laut diesem Drehbuch hier wäre aber der gesamte zweite Film dann wohl nochmal komplett anders gewesen und hätte sogar nicht mal die Isla Sorna komplett thematisiert. Ist das dann vielleicht der Grund, warum dieses Drehbuch hier verworfen wurde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier auffällige Parallelen zu allem, was wir bisher über Jurassic World Rebirth wissen. Komische auftauchende Dino-Leichen, die plötzlich Krankheiten in sich tragen und eine Insel, von der irgendwie keiner was zu wissen scheint. Was denkst du darüber? Meinst du, David Kerb nimmt diese verworfene Idee und baut sie zum Teil in Jurassic World Rebirth mit um? Oder sagst du, nee, ich glaube, das war einfach nur mal so ein Gehirnfurz von ihm gewesen, da wird nichts mehr draus? Ich bin sehr auf deine Antwort gespannt in diesem Sinne, ihr Lieben. Bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.